Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Hey, ich habe gerade bei der Abmoderation der letzten Folge noch gesagt, dass wir die zwei fehlenden Folgen, dass ich die so schnell wie möglich mache und hochlade. Aber jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass die Playstation 5... Waren ja, ich glaube die erscheinen schon am Donnerstag, oder? Warte mal ganz kurz. Da habe ich mir gerade, war gerade so ein Gedanke. 12. November in den USA, in UK and Europe. Am 19. Jupp, ganz genau, am Donnerstag. Ja hey, dann warten wir. Warum habe ich überhaupt jetzt noch angefangen? Hätte ich noch, aber ist okay. Machen wir jetzt noch die eine Folge und dann warten wir. Das ist vielleicht auch ganz nett als so eine kleine Technik-Demo. Dann sehen wir im Grunde gleich, wie sich die Ladegeschwindigkeit auswirkt. Mehr wird ja quasi wahrscheinlich nicht profitieren. Wie gesagt, das ist ja wahrscheinlich emuliert und nicht irgendwie angepasst. Aber wenn das funktioniert mit dem Save-Game-Transfer, und ich google nochmal kurz, aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall gerade speziell für Witcher 3 gelesen, dass es definitiv gehen wird. Witcher 3, PS5. 10. Oktober ist die Meldung, weil ich habe gelesen, dass es eben nicht mit allen Spielen funktioniert. Die behaupten jetzt hier, NerdBot.com behauptet jetzt hier, dass Sony gesagt hat, es geht mit allen Save-Data. Aber wisst ihr, was sein könnte? Vielleicht geht es nicht mit Remastered-Versionen. Das könnte sein. Ich finde, dafür, dass die Konsole in den USA schon erschienen ist, findet man da nicht besonders super viel Informationen. Na gut, okay. Passt schon. Ich habe genug gesehen. Spielen wir jetzt einfach mal noch die Folge Witcher und die nächsten Folgen kommen dann wahrscheinlich schon von der PS5. Und wenn nicht, ist es auch wurscht, dann spielen wir halt doch wieder auf der PS4 weiter. Aber wenn das wirklich funktioniert, ich hoffe wirklich, ich hoffe wirklich, dass die PS5 wirklich, wirklich einfach perfekt abwärtskompatibel ist. Und einfach alle PS4-Spiele einfach emulieren kann und einfach alle Self-Games übernehmen kann und fertig. Ich hoffe es wirklich, weil wenn das funktioniert, kann ich meine alte PS4 hier halt einmodden. Und das wird schon langsam Zeit. Die alte Betsy, die macht es nicht mehr lange. Insofern wäre das schon echt cool. Und ich müsste trotzdem nicht gleich meine ganze Bibliothek am PS4-Spielen mit wegschmeißen. What fun? Ja, ich finde auch, die Eselsohnen stehen wirklich so was machen wir nun. Ach ja. Ach so. Beschleunigen irgendwie diese ganzen Hexermutatoren den Alkoholverarbeitung im Körper. Aber irgendwie setzt er das Stamppall, setzt er den Schott gerade so an die Lippen an und schone so betrunken. Aber zwei Sekunden später ist es auch schon wieder weg. Ungewöhnlich. Hast du gesehen, was er rausgefischt hat? Einen alten Topf. Vielleicht trägt sein Mädel Töpfe als Schuhe, falls sie mal kein Klo findet. Du solltest meinen Pantoffel daraus holen. Wie soll ich denn in einem Schuh tanzen? Das ist eine Hochzeit. Ich brauche Pantoffeln. Ich habe gesucht, Schätzchen, wirklich. Er ist da nicht. Er ist bestimmt im Schlamm versunken. Dann wühl danach. Grab dich durch. Oh, Scheißspiel. Was geht denn hier vor? Die Spielen sucht den Schuh. Nie gehört? Nie. Die Oberschicht hat andere steckten Pferde. Wie geht das Spiel? Ein Mädchen wirft einen Schuh ins Wasser. Ihr Freund springt hinterher und holt ihn wieder raus. Das klingt echt nach einem ziemlich bekloppten Spiel. Die Mutationen werden sie nicht nur unfruchtbar wie Mulis, sondern ihnen wachsen auch Eselsohren. Möchte wissen, was denen noch alles gewachsen ist. Sie muss nicht müssen, außer sie will müssen. Gut, dann machen wir das. Fehlt hier Sprachausgabe oder muss das so sein? Ich will für dich in jeden Abgrund tauchen. Die Kamera braucht gar nichts zu tun. Ah ja, genau. Okay. Wegen seinen Unterhosen. Ich habe... Die Kamera hat so angedeutet, das wäre ganz nackt. Aber ich habe seine Unterhosen schon gesehen. Unterhosen! Ist aber auch ein tiefer Teich hier, muss man schon sagen. Ein Schuh, ein Schuh. Finden wir vielleicht, wenn wir schon hier sind, den anderen Schuh auch gleich. Genau, das wäre super, wenn wir einfach beide Schuhe finden. Tada! Zwei Schuhe zum Preis von einem. Der doppelte Schuh. Juhu. Jetzt stecke ich im Wasser fest. Die kommen aus irgendeinem Grund nicht mehr raus. Obwohl die Wellen so hoch sind. Ehrlich, Geralt, wir haben ein Problem. Houston? Wir haben einen gestrandeten Hexer. Ne, nicht gestrandet. Jetzt ist er gestrandet. Ich dachte, ehrlich gesagt, das habe ich bereits. Ähm, irgendwie ist hier sonst kein Schuh. Ich glaube, ich habe alle Schuhe. Oder wurde der da hinten in eine Höhle gespült? Ne, da ist keine Höhle. Oh, oh. Ich habe zwei Schuhe im Inventar. Ah, da ist noch ein Schuh. Wie viele Schuhe liegen denn hier unten? Was ist denn das? Also, das ist ja wirklich... Das ist schon das dämlichste Spiel, von dem ich jemals gehört habe. Jemand wirft einen Schuh ins Wasser und ein anderer muss ihn rausfischen. Hey! Das ist ungefähr so, wie wenn man Karten spielt. 32, glaub auf. Einer wirft 32 Karten in die Luft und der andere muss sie wieder aufheben. Das ist ein Spaß. Die ganze Familie. Verdammt moderig, der Teich. Bin bis zu den Achseln versunken. Kein Schlamm der Welt kann dich von meinem Schuh fernhalten. Oder all den anderen Schuhen, die je im See gelandet sind. Es ist besser, sich umsonst zu übertreffen, als seine Durchschnittlichkeit bereuen zu müssen. Interessante Theorie. Und sie gründet auf der Praxis. Jeder dieser Schuhe würde seine Eigentümerin veranlassen, den Rock zu heben und sich zu bücken. Um ihn anzuziehen, natürlich. Nein, wie gewitzt und abgefeimt. Das merkst du jetzt erst? Hm. Ich finde, ich habe einen Kuss verdient. Such die Besitzerin der Schuhe. Vielleicht erklärt sich eine bereit. Sei nicht eifersüchtig, Shani. Das war ein Scherz. Die anderen sind mir einerlei. Ach ja? Erkennst du ihn, Aschenputtel? Meinen Schuh? Nun streck dein geschmeidiges Beinchen aus. Lass ihn, ich meine, es hinein gleiten. Äh, vielen Dank. Ja, das war bescheuert und unnötig. Es geht über ein herrliches Bad. Jetzt lass uns was anderes tun. Etwas wehens. Letzte Aktivität hier auf der Hochzeit. Anscheinend. Entschuldige mich eine Weile. Als Brautjungfer gehöre ich bei der Haubenzählung. Aber nur eine Weile. Ich komme alleine zum Recht. Ich bin froh, dass wir die Eselsohren gewonnen haben. Heute Abend habe ich die Delikatessen des Lebens so intensiv verkostet, dass ich nunmehr eine Riebe halten will. Geralt, das muss nicht sein. Muss nicht sein? Und ob das sein muss? Bisher habe ich bäuerliche Vergnügungen eines Edelmannes stets für unwürdig gehalten. Welcher Edle würde schon mit Schweinehirten verkehren wollen? Natürlich genosse ich die Schönheit draller Bauerndirnen und genieße sie noch. Hätte ich mehr Zeit, würde ich das jeder Einzelnen von euch beweisen. Bei Bauern ist das was anderes. Die habe ich nie beachtet. Ein, zwei haben sich um meine Pferde gekümmert. Und dies nicht schlecht. Aber Konversation? Nicht mal, wenn man mich dafür bezahlt. Man muss seinen Prinzipien schließlich treu bleiben. Nicht wahr? Doch seit heute, seit heute ist alles anders. Unter all dem Dung ist ein Bauer ein Mensch. Dank euch ist mir das klar. Ihr redet zwar weiterhin nur Mist, aber das macht mir nichts mehr. Dafür danke ich euch und drücke euch meine Zuneigung aus. Es ist gleich Mitternacht. Zeit für die Haube. Warte, ich bin noch nicht fertig. Oh doch, das bist du. Alle Jungfern gehen zur Haubenzeremonie. Auch du bist eine Jungfer, Sean. Ihr Leute, nun naht die Mitternacht. Und mit ihr naht die Haube. Drum segnen wir das junge Paar. Denn wisst ihr, was ich glaube? Die Liebe wohnt in ihren Herzen. Möge sie gedeihen. Möge jeder neue Tag sie wiederum erfreuen. Los erhebt die Gläser. Auf die Frischvermählten. Euer Beischlaf soll euch manch ein Kind bescheren. Geht rum schnell aufs Zimmer. Da seid ihr alleine. Trinken wir zum Ausgleich. Eure teure Meine. Die Braut ist jetzt deine. Du musst sie beschützen. Drum gib Acht auf Nachbarn. Wollen die Stichwitzen. Schau doch nicht so brummig. Und lass dich nicht poppen. Sie ist dir ergeben. Dem heiligen Braut nach ist die Fängerin der Blumen, die nächste Braut. Das musste wirklich sein. Als wäre es gestern gewesen, wie wir auf Olgiers Hochzeit gezecht haben. Ich musste einfach etwas aufschreiben. Gibst du ihm den Brief? Mach ich. Danke. Du bist ein guter Kerl, Hexer. Sterbenslangweilig, aber gut. Danke. Entzückende Tradition. Errötende Jungfrauen beim Tanz mit wehendem Haar, offenem Mieder, wogenden... Reicht es nie. Hast du gesehen? Shani hat die Girlande gefangen. Nach bäuerlichem Aberglauben heiratet sie als Nächste. Vielleicht. Einerlei. Es ist nach Mitternacht. Zeit für dich, in die Krypta zurückzukehren. Geht nicht. Ich habe noch zu tun. Es ist nach Mitternacht. Du kannst die hübschen Ohren abnehmen. Natürlich nur, wenn du willst. So schön sie sind, ich stecke sie weg. Ist Wlodimirs Geist weg? Siehst du, sie fragt nach mir. Vermisst mich schon. Ich bin hier, mein liebliches Tübchen. Jener Kuss, als wir tanzten, lässt mir noch immer den Kopf schwirren. Keine wilden Pferde könnten mich von dir fernhalten, ehe ich nicht noch einen bekomme. Oder zwei. Oder so viele du mir geben willst. Du hast dich offenbar gut amüsiert. Das freut mich. Ein Kuss. Ich wusste, es würde so enden und zugleich beginnen. Nein, nur enden. Es ist nach Mitternacht. Deine Zeit ist gekommen. Pah, wen scheren solche Kinkerlitzchen? Der Tod fordert mich nicht zurück. Was sollten wir da nicht weiter feiern? Was soll Geralt davon halten? Du hast ihm dein Wort gegeben. Charly, Liebling, ich bin tot. Von einem Toten kann man nicht allzu viel erwarten. Wlodimir von Everag, geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ich bitte dich. Halt dich da raus. Halt! Aufhören! Bitte! Verschwinde! Oder ich nehme dich mit mir. Deine modrige Gruft wird dir dagegen wie das Paradies erscheinen. Deine Wahl. Hör auf, ihn zu quälen. Ich verspreche, ihn nicht umzubringen. Haha. Götter, was ist hier passiert? Götter, was ist hier passiert? Ihn dahin geschickt, woher er gekommen ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht verletzt. Ich habe einen Schädling entsorgt. Ich habe einen Schädling entsorgt. Noch länger müsst ihr ihn nun wirklich nicht ertragen. Gerold hat seine Aufgabe erledigt. Gerold hat seine Aufgabe erledigt, also... Einerlei. Von seiner Mama. Wird euch jedenfalls nicht mehr belästigen. Würde ich behaupten. Ich würde gerne noch bleiben, aber... Keine Entschuldigung, Gerold. Ich bin nicht wütend. Ein Hexer muss seinem Weg und seiner Profession folgen. Ich habe vielleicht den falschen Eindruck gekriegt und einfach zu viel von dieser Hochzeit erwartet. Ich weiß nicht, ob ich dich verstehe. Nicht so wichtig. Ich sehe nach Idona. Schließlich bin ich ihre Brautjungfer. Ah, da ist es. Das Gesicht eines Mannes, der eine Frau nicht versteht. Und du verstehst sie? Natürlich. Frauen sind schlicht. Leider sind Männer hoffnungslose Idioten. Deine Freundin wird nun gekränkt sein. Pflück ihr Blumen oder lade sie auf einen Humpen ein. Dann kommt sie drüber hinweg. Ich brauche keine Ratschläge, danke. Sie hat was für dich übrig. Du für sie auch. Nicht drüber nachdenken. Einfach spontaner Ehrlichkeit nachgeben. Das ist das Schönste an menschlichen Beziehungen. Ihr müsst ja nicht wie Aldona und Jonas enden. Als verliebte Trottel, die sich auf ewig gebunden haben. Nutzt die Nacht und eure Chance. Genießt einander. Das war's. Viel Spaß. Badabam. Du wärst ein toller Erz, aber Schnüffler. Wenn du nicht so groß... So, Dala, jetzt passt mal auf. Ich gucke mal kurz auf unsere Quest-Liste. Die Sause des toten Mannes. Ganz genau. Das machen wir jetzt. Gehen wir quasi jetzt zurück, ne? Wo, um Himmels Willen, ist eigentlich die nächste Schnellreise. Gleich da vorne. Sehr gut. Ich würde sagen, Schnellreisen tun wir jetzt. Und zwar... Hier gäbe es viel zu tun, aber mit Nebenquests halten wir uns jetzt nicht auf. Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit. Cyberpunk wurde zum Glück, muss man schon fast sagen, nochmal verschoben. Das heißt, ein bisschen mehr Witcher haben wir noch zur Verfügung. Aber dann wird Cyberpunk-ig. Aber hey, ich mach nochmal. Ich mein, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, wenn die PS5 kommt und wenn Fallout 4 auf der PS5 läuft, wenn ich die Save-Games übernehmen kann und wenn der Mod-Support der gleiche ist. Und wenn ich meine Vault betreten und vielleicht sogar weiterbauen kann, werde ich vielleicht nochmal ne Abstimmung machen. Ob wir wirklich Cyberpunk spielen wollen? Was ich voll okay und cool finde. Ich hab überhaupt nix dagegen. Oder ob die Patreons nicht doch lieber Fallout 4 Let's Build sehen wollen. Ich glaube nämlich fast. Was? Was ist gescheitert? Was ist gescheitert? Ich möchte nur die Option zur Verfügung stellen. Was ist gerade gescheitert? Nein! Scharni aufmuntern! Oh, das hab ich voll übersehen, dass das geht, dass es das gibt, dass diese Quest existiert. Ich weiß überhaupt nicht, wo die herkommen und was da los ist. Dammit! Aber okay. Das ist jetzt passiert. Es ist, wie es ist. Ich find's nicht gut. Aber ich hab auch nicht gespeichert. Insofern bleibt uns gar nix anderes übrig. Was treiben die da? Spiegel. Zu groß geratete Kleinkinder, weißt du. Hast du Kinder, Geralt? Nein. Ach ja, Hexer sind ja steril. Na, starr mich nicht an. Sag mir, was dich herführt. Sorry, die Katzen sind bescheuert. Puh, ich muss hier kurz was machen. Ich bin wieder da. Ich hätte gehofft, die reden so lange, die reden lange genug, dass es gar nicht auffällt, dass ich weg bin. Na gut, ähm... So einen Säbel sehe ich zum ersten Mal. Woher stand er? Ophir, er war ein Geschenk. Jeder schwachbrüstige Feigling kann sich eine Klinge an den Gürtel hängen und auf gefährlich machen. Aber mein Säbel ist ein Versprechen. Wenn ich ihn ziehe, rollen Köpfe. Schon sein Anblick vertreibt den Leuten die Lust auf ein Duell mit Olgiert von Evarek, dem berüchtigten Gesetzlosen. Mein Medaillon sagt, dass er magisch ist. Ach was? Sagt es das? Eine bessere Waffe dürftest du noch nicht gesehen haben. Ich frage mich, wie du den Ophiri in eine Kröte verwandelt hast. Mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass das kein Allerweltsfluch war. Ist das Berufsinteresse oder stinknormale Neugier? Berufsinteresse. Die Information könnte mir noch nützlich sein. In der Zukunft? Du glaubst wohl, dass du die Aufgaben löst und glücklich bis an dein Ende lebst. Wird man sehen. Also, gib es zu. Dir hat ein Magier geholfen, stimmt's? Ich geb dir einen Tipp. Du bist hier nicht der Einzige, der Wünsche erfüllt. Odim hat den Ophiri verwandelt? Auf deinen Wunsch? Nein, das war ich allein. Aber du hast recht, es war kein gewöhnlicher Fluch, sondern ein im Zorn gesprochener Wunsch. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er sich erfüllt. Mehr sage ich nicht. Dein Trupp? Interessante Leute sind das. Interessant? Wieso? Gewöhnliche Zecher und Raufbolde allesamt. Wo hast du sie aufgetrieben? Manche sind schon seit Ewigkeiten bei mir. Andere fand ich unterwegs. Wieder andere haben mich gefunden. Bei Gelagen aller Art sind sie jedenfalls gute Gesellschaft. Und seit ich mit ihnen unterwegs bin, sind meine alten Gegner still wie die Mäuschen. Vlodimir lässt dich grüßen. Du hast mit ihm gesprochen. Unglaublich. Nicht nur das. Ich habe deinen Wunsch erfüllt und mich mit ihm unterhalten. Willst du wissen, was er gesagt hat? Ich habe deinen Wunsch erfüllt. Dein toter Bruder hat sich amüsiert wie in alten Zeiten. Das sagt sich leicht. Hast du einen Beweis? Hab ich. Vlodimirs Schrift. Unverwechselbar. Gut gemacht, Hexer. War es das? Oder hast du noch was anderes? Als nächstes kümmere ich mich um Borsodis Haus. Viel Glück. Viel Spaß. Naja, ich bin gespannt, was uns da jetzt erwartet. Das hier alles ein bisschen mit... Es ist bestimmt keine einzige Mission so einfach, wie sie klingt. Ich habe nur einen einzigen Wunsch. Schauen wir mal, was hier auf uns wartet. Ist das das Borsodi Aktionshaus? Scheint so. Gefreiter Klein, du bist im Dienst. Schon vergessen? Mit Zivilisten wird nicht geplaudert. Zweck des Besuchs? Aus Neugier. Was ist denn los mit der Netzwerkverbindung? Hau doch abwärts. Hauptgefreiter Wenzel zur Stelle. Und der Depp hier ist mein untergebener Gefreiter Klein. Nun pisst dich mal nicht ein vor Aufregung. Hast du was gesagt, Soldat? Nein, nicht. Müsstet hier nicht irgendwo anders sein? Es herrscht Krieg, wisst ihr. Wir wurden alle hierher verlegt. Befehl 76 CWX in Schriftform. Mission Bewachung des Auktionshauses. Priorität hoch. Die höchste sogar. Der Borsodi kennt sich aus mit den hohen Tieren. Hilft ihnen, die Kriegsbeute zu verkaufen. Kriegt Schutz dafür. Gefreiter Klein. Das sind geheime Militärinformationen. Sind die Eigner da? Du meinst wohl den alleinigen Eigner. Den geschätzten Horst Borsodi. Ja, ist er. Ich muss mit ihm reden. Befehl 76 CWX ist eindeutig. Nur Geladene dürfen zur Auktion. Mit den schriftlichen Namen. Ganz einfach. Ganz einfach. Und das soll euch hindern? Also bitte. Ich fürchte, du hast Pech. Befehl 76 CWX besagte Ferner. Hauptgefreiter Wenzel möge sich einen Besen in den Arsch stecken. Klein! Weißt du eigentlich nicht, was auf vorgesetzten Beleidigungen steht? Wen haben wir denn da? Geralt, der Hexe aus Riva. Wemme Vivaldi, der Bankier aus... Woher kommst du eigentlich? Wen kümmert es, Kollege? Geld kennt keine Grenzen. Was geht hier vor, Hauptgefreiter Wenzel? Du zankst dich mit meinem Kumpel Geralt? Meister Vivaldi, Herr, dein geschätzter Sozius hat keine Einladung zur Auktion. Und ich, äh... Aber ich habe eine Einladung. Verdammt noch eins. Und er kommt mit mir. Rein mit dir, Geralt. Oh, oh. Aber meine Befehle... Der kriegt aber wer. Ärger! Muss ich erst zum Feldwebel gehen? Hoffentlich nicht. Jetzt stramm gestanden und Mund gehalten. Oh, die Jungs in der Kaserne werden sich am Boden wälzen. Ruhe! Vorwärtsmarsch! Rundherum! Eins, zwei, eins, zwei! Tja. Dank dir für die Hilfe. Schon gut. Ich kümmere mich gerne um alte Freunde und Kunden. Welch Freude mit dir, Geschäfte zu machen, Pimme. Das hat meine liebe Verblichene auch immer gesagt. Aha. Die Leute kommen zusammen. Die Auktion fängt gleich an. Lass uns raufgehen. Hätte schwören können, das Auktionshaus der Borsolis wäre in Norvigrad. Das war's. Sie sind umgezogen. Radovit hat Horst einen vorteilhaften Steuersatz angeboten. Weißt du? Null Prozent. Hm. Schwer zu unterbieten. Nicht wahr? Hm. Das ist der Inbegriff staatlichen Wohlwollens. Worauf wollen die Leute denn bieten, weißt du das? Auf alle möglichen Wertsachen. Seltene Waffen, Exotika. Ich selbst habe freilich ein Auge auf bestimmte Werke von Porträtmeistern der Mariborer Schule geworfen. Van der Knob, Longendijk. Sieh an. Ich hätte nicht gedacht, dass du ein Kunstkenner bist. Bin ich auch nicht. Mir ist das alles nur Geschmiere. Ich will sie ja auch nur einwickeln und wegschließen. Was? Wozu denn? Wieso wozu, Gerald? Ich muss doch mein Investitionsportfolio diversifizieren. Eigentlich will ich hier nur Horst Borsoli sprechen. Oh. Das könnte schwieriger sein, als du denkst. Warum? Der reinste Einsiedler ist der Mann. Gar nicht wie sein Vater. Melitele, hab ihn selig. Aber bei der Auktion taucht er vermutlich auf. Dann stelle ich euch vor. Ich stehe in deiner Schuld. Ach und Fug. Ich mache nur in Krediten und Eigenwechseln. Also, rauf mit uns. Weißgold und Permut mit dem Tarsien aus Topaz. Gerald, wie wär's mit deiner Immobilie? Ich könnte dir attraktive Hypothekenkonditionen einräumen. Es gibt keine attraktiven Kreditkonditionen, Wimme. Auch nicht in kovirischer Mark? Lass mal gut sein. Dann ist die wieder nur fünf Pfennig wert. Hm. Es dauert wohl noch, bis sie anfangen. Wimme, dies ist ein Bankett? Ja. Und? Ich hasse Bankette. Deppendialoge, winzige Portionen, Getränke, die nach Pisse schmecken. Ach, so schlimm wird es schon nicht. Lass mich dir meine interessantesten Partner vorstellen. Die alte Glucke dort ist Gräfin Mignole. Mit der hattest du bestimmt viel zu reden. Der Scheißer in der Ecke heißt Hilbert. Neureich. Hat mit Gwind ein Vermögen gemacht. Ah, und der da ist Kunsthändler Jaromir. Ein arrogantes Arschloch. Aber mit Gemälden kennt er sich am besten aus. Na, sollen wir mit jemandem reden? Es ist unpassend, hier zu stehen wie die Ölgötzen. Na dann. Ach, Gerard, riech mal. Hier riecht es nach Geld. Gegrüßt sei die ehrenwerte Gräfin. Madame, darf ich vorstellen? Mein lieber Freund, Gerald von Riva. Hexer der Wolfsschule. Verzeihung, hatten wir das Vergnügen schon? Nein, aber deine Gilde ist unverkennbar. Das Medaillon. Jawohl, Gerald. Gräfin Mignole ist eifrige Sammlerin von Veduminalien. Vedumi, was? Alle Arten von Gegenständen, die mit Hexern in Zusammenhang stehen. Schwerter, Ausrüstungsteile, Medaillons. Darf ich fragen, wie wir Monster schlechter zu der Ehre deines Interesses gekommen sind? Ich habe einige angenehme Assoziationen. Aus meiner osofernen Jugend. Sag sowas nicht, Gräfin. Du siehst einfach umwerfend aus. Sehr freundlich, Meister Vivaldi. Aber zu Hause habe ich nicht nur Veduminalien, sondern auch noch ein paar Spiegel. Was ist denn dein wertvollstes Objekt? Ein antikes Rüstungsstück. Wolfsschule 1234. Ein Klassiker. Wird das versteigert? Leider nicht. Es ist ein Andenken von großem persönlichem Wert. Aber vielleicht hat die Gräfin noch andere Hexer-Devotionalien, von denen sie sich trennen würde. Ich würde bescheidene 5% Transaktionsgebühr berechnen. Wimme, ich kenne niemanden, der sich so geschickt die Moneten anderer Leute krallt wie du. Aber was soll's. Vielleicht kriegen wir einen Handel zustande. So, was haben wir denn hier? Vipan-Rüstung. Vipan-Stiefel. Vipan-Handschuh. Schemata für das komplette Vipan-Set. Ähm, und gar nicht teuer. Katsching, würde ich sagen. Katsching! Katsching in die... Die Eselsohren darf ich behalten. Und die sind unter Waffe gelistet? Okay. Verkaufen wir ein bisschen Plunder. Tja, genug Plunder verkauft. Ich wär soweit. Hat die Gräfin heute etwas Bestimmtes ins Auge gefasst? Nein, aber laut Horst Borsudi kommt etwas unter den Hammer, was mich interessieren dürfte. Er hat wohl nicht gesagt, was es ist? Nein, du kennst ihn doch. Ein wandelndes Rätsel. Übrigens, Meister Geralt, würdest du wohl einer Dame in Not helfen? Kommt auf die Art der Not an. Oh, es ist nur eine Kleinigkeit. Ich habe gerade einen Ohrring auf dem Balkon verloren. Ich kann ihn nicht finden. Vielleicht ist er durch die Dielen gerutscht. Ob du mit deinen Katzenaugen... Ich bin dir sehr dankbar. Bis gleich dann, Wimme. Auf dem Balkon. Ist das irgendwie eine Falle oder irgendwas? Weil ich meine, das ist ein bisschen komisch, oder? Verschütteter Wein, sonst nichts. Hier gibt's gar keinen Ohrring, oder? Nein. Vielleicht möchte die Gräfin erläutern, was das soll, ohne zu scherzen. Vergib mir, ich... Götter, ist das peinlich. Kennst du... Kennst du Wiesemir? Ein bisschen kleiner als du, mit Schnurrbart. Kennen? Der hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Was? Wie geht es ihm, wenn ich fragen darf? Natürlich darfst du. Doch bevor ich antworte, wüsste ich gern, wie gut ihr euch kanntet. Oh, das habe ich nie jemandem gesagt. Niemals. Aber dir schulde ich wohl eine Erklärung. Es war im Winter 1234. In Ochsenfurt trieb eine Bestie ihr Unwesen. Ein Flatterer, glaube ich. Es wurde ein Auftrag ausgeschrieben und ein Hexer erschien. Wesemir. Von der Wolfsschule. Auf der Spur des Monsters kam er bei uns vorbei. Wir sahen uns an, ein Funke sprang über. Ich schrieb ihm eine Nachricht. Meine Zofe brachte sie ihm. Im Schutze der Dunkelheit besuchte er mich. Nacht um Nacht. Bis mein Vater irgendwann etwas hörte. Wesemir musste so schnell fliehen, dass er seinen Gambeson zurückließ. Ah, das erste Stück der Sammlung also. Ja, aber auch das Ende unserer Liebe. Vater ließ ein Haftbefehl ausstellen und verheiratete mich sofort. Ich hatte Glück. Mein Mann starb jung und hinterließ mir ein Vermögen. Und so lebe ich von Erinnerungen. Ich habe schlechte Nachrichten. Oh. Bitte sag mir, starb er wenigstens wie ein Hexer? Nein, er starb wie ein Held. Das war's also. Ich danke dir für die galante Toleranz gegenüber einer alten Irre. Sag sowas nicht. Ich bin alt und reich. Ich darf sagen, was ich will. Und nun, sei so gut und überlass mich meinen Gedanken. Ich werde wieder hineingehen. Das war nett, oder? Das war interessant. Das war nett. Schauen wir mal, wen wir hier noch haben. Wer ist denn hier bitte? Wo ist denn hier noch eine Person, mit der ich reden soll? Hä? Was ist passiert? Ich weiß nicht genau, was jetzt los ist. Schauen wir mal. Ich wollte die anderen noch kennenlernen. Hör mal. Ich habe vergessen, dich zu fragen, wie die Auktion abläuft. Okay. Sie bringen drei Objekte raus. Wenn die verkauft oder nicht verkauft sind, gibt es eine Pause. Dann taucht Borsodi hoffentlich auf und ich stelle euch vor. Ich verlasse mich drauf. Und bis dahin? Hast du ein Budget? Willst du mitbieten? Natürlich. Jetzt habe ich mich schon hier reingeplagt. Da werde ich es doch mal ausprobieren. Ha! Ich wusste, der Funke springt über. Geschätztes Publikum, willkommen zurück. Hiermit erkläre ich die Auktion für eröffnet. Meine Damen und Herren, Objekt Nummer eins ist eine Messingfigur aus der Sammlung des berüchtigten Grafen Rommeli. Angeblich soll im Inneren der Figur ein Schatz verborgen sein. Ein Gerücht, das sich nur durch das Zerstören des wunderbaren Kunstwerks überprüfen lässt. Eröffnungspreis 50 Kronen. Ein echtes Schnäppchen. Wer bietet zuerst? Meister Hilbert bietet 100. Gräfin Mignole bietet 150. Höre ich 200? Wer möchte bieten? Ähm. Der weißhaarige Herr bietet 200. Ich habe keine Ahnung warum. 250. 200 zum Ersten. Zum Zweiten. Zum... Trächtig. Gräfin Mignole bietet 250. Höre ich 300? 300. Na aber wie rasant 300 zum Ersten. Zum Zweiten hören wir 350. 300 zum Dritten verkauft an den weißhaarigen Herren Objekt Nummer eins. Die geheimnisvolle Messingfigur. Nun kommen wir zu Objekt Nummer zwei. Was will ich damit? Ein gemeldes jungen Nobigrader Künstlers Van Roch. Sterne Nacht über dem Ponta. Ein charmantes Werk. Eröffnungspreis 20 Kronen. 20 Kronen wertes Publikum. Das ist praktisch geschenkt. Ja der Herr mit den Katzenaugen bietet 20. Höre ich 30? 20 zum Ersten. Zum Zweiten. Zum Dritten. Verkauf. Na da sind Schnäppchen. Sternnacht über dem Ponta von Van Roch geht an den Herrn mit den Katzenaugen. Oh eine kleine Brille. Eine Rarität. Selten wie ein Hühnerzahn. Eine Brille. Mit Goldrahmen und Bergkristallinsen. Gefertigt von den kundigen Fingern der Gnomenmeister. Einst Eigentum des berüchtigten Auftragsmörders, der als der Professor bekannt wurde. Eröffnungspreis 200 Kronen. Wer bietet mehr? Gewinntmeister Hilbert bietet 250. Höre ich 3? Ja, so soll es sein. 300 von Jaromir Ivanovic Zaitsev. Zum Ersten. Zum Zweiten. Unglaublich. Mit dem weißhaarigen Herrn sind wir jetzt bei 350 Kronen. Großzügiges Angebot. Wirklich. Gibt es noch Gebote? 350 zum Ersten. Zum Zweiten. Verkauft. Die unschätzbare Brille geht an den weißhaarigen Herrn. Ich freue mich, dass sie so nützlich ist. Welch eine Aufregung. Nach den drei Objekten ist es Zeit für eine Pause. Es gibt Erfrischungen. Bitte zugreifen. Ja, Erfrischungen. Nice. Wir steigern einfach alles weg, ey. Wurst und Fisch und Bier. Jucku. Horst Borsudi. Schnell, ehe die anderen Schwanzlutscher in sich grapschen. Nur erwarte kein herzliches Willkommen. Alter, das ist aber nicht sehr nett, den angebissenen Apfel einfach irgendwo wegwerfen. Gestatte mir dir einen lieben Freund und Partner vorzustellen. Geralt von Riva, der... ...nicht eingeladen ist. Aber du hast an meiner Anwesenheit verdient. Ich habe ein gutes Sümmchen hier gelassen. Ich bin nicht Vivaldi. Profit allein reicht mir nicht. Ich will mehr. Das Auktionshaus ist vor allem ein Treffpunkt für die lokale Elite. Offenkundig passt ein Wandermutant hier nicht rein. Ich habe das nagende Gefühl, dass ihr zwei einen schlechten Start hattet. Vielleicht sollten wir trinken auf... Was will deinesgleichen von mir? Auktionshaus der Borsudis. Die Mehrzahl in dem Namen ist doch kein Zufall. Hast du einen Verwandten, mit dem ich reden kann? Einen, der, nun, nicht ganz so ätzend ist wie du? Der Name ist historisch, Gerard. Das Auktionshaus wurde von zwei Brüdern gegründet. Horsts Vater und seinem Onkel. In dieser Generation... Es gibt mich und nur mich. Kommt zur Sache, sofort. Schön, sparen wir uns die Floskeln. Maximilian Borsodis Haus. Ich muss es finden, was immer es... Was? Wie hast du davon erfahren? Meine Herren, kein Grund, die Kontenanz zu verlieren. Bitte, beruhigen Sie sich. Ich fragte, wie hast du davon erfahren? Boah, ganz ruhig. Wo? Spielt keine Rolle. Sagst du mir, was es ist oder nicht? Wache, bring den Hexer raus und lass sie nicht mehr rein. Auch nicht mit Hierarch Hemmelfahrt persönlich. Wirklich? Er hat doch nur eine schlichte Frage gestellt. Noch ein Wort. Und ich verlege meine Konten zur Konkurrenz. Tut mir leid, Kumpel. Du musst die Wache nicht bemühen, Horst. Ich gehe freiwillig. Ich entsinne mich nicht, dir die Wahl gegeben zu haben. Befördert seinen mutierten Arsch raus! Deine Schwerter, Meister. Wir müssen sie zurückgeben, sagt das Gesetz. Das Gesetz sagt aber nicht, wann. Tun wir es, wenn wir aus dem werten Herrn die Scheiße rausgeprügelt haben. Mhm. Treffpunkt für die Elite. Wie wahr. Kommt, Jungs. Lockern wir die Muskeln. Welche Jungs? So. Ende. Kann er schon jammern. Selber schuld. Das Gesetz sagt, wenn jemand verletzt ist, hole einen Heilkundigen. Das Gesetz sagt aber nicht, wie schnell. Man kann ein Weilchen warten. Es stimmt, was man sagt. Schwert oder nicht. Ein Hexer weiß, wie man Knochen bricht. Ich bin nicht in der Stimmung für Bauernweisheiten. Wer zum Teufel bist du? Wenn alles gut geht, würde ich sagen, dein Partner. Ich brauche keinen Partner. Oh, da bin ich nicht so sicher. Alleine kriegst du Max Borso dies Haus. Niemals. Woher weißt du, dass ich nach dem Haus suche? Ich war bei der Auktion. Getarnt, natürlich. Die Auseinandersetzung war nicht zu überhören. Kommt zur Sache. Wenn möglich. Um das Haus zu kriegen, musst du erst in die Schatzkammer gelangen. Und aus Freundlichkeit lässt Horst dich dann niemals rein. Ein Raub? Diese Idee gefällt mir nicht. Hast du eine andere? Geh zum Kräuterkundler bei Ochsenfurt und frag nach Scharfgabenextrakt. Er wird wissen, warum du gekommen bist. Wenn das eine Falle ist. Bis dann. Hoffentlich. Hoffentlich. Na schön. Mysteriöser Fremder will uns helfen. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt für heute hier an der Stelle Schluss. Und speichern. Und wie gesagt, die nächste Folge gibt es dann vielleicht schon von der Playstation 5. Bin gespannt, ob wir dann einen Unterschied merken. Zumindest die Ladezeiten sollten wesentlich kürzer sein. Beziehungsweise nicht mehr vorhanden. Und das Spiel hat ja doch öfter in den Dialogen oder auch wenn man durch die Welt rennt, Probleme mit dem Nachladen von Sachen. Auch das könnte auf der Playstation 5 eventuell behoben sein. Ganz automatisch, ohne Optimierung. Mal schauen. Ich bin gespannt, ob man was merkt. Auch die Framerate ist wahrscheinlich stabiler, flüssiger. Keine Einbrüche. Auch wenn mal ordentlich Action am Bildschirm ist. Mal schauen. Naja, gut. Aber für heute machen wir jetzt Schluss. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Adios.